Bei den Toten Hosen mal hingucken. Genau, einfach mal suchen. Handschuhfach wurde unsigniert. Ich bin viel stolz drauf. Ja, ist auch ein schönes Auto. Super gelungen. Vielen herzlichen Dank. Da sieht man sich auch nächste Woche wieder am Pudamm oder irgendwann in Paraglien oder so. Gibt ja noch genug Sachen. Schauen Sie, wenn der junge Mann jetzt die Tür aufmacht. Diese wunderbar aufgehängte Tür an. Da ist nichts abgesackt und überhaupt nichts. Das ist einfach ein richtig schönes, gut gemachtes Auto. Der Sechszylinder, Opel Commodore. Und die Blinker an den Kohlflügeln links und rechts. Das ist typisch für die skandinavische Ausstattung. Diese kleinen aerodynamischen Zusatzblinker. Damals redete man dort schon von Fahrradunfällen. Audi, wo sind Sie alle geblieben? Dieser Audi-Typ speziell. Der ist verschwunden. Obwohl Sie doch... Die brie, wo sind alle geblieben? Die Brie, wo sind Sie weg? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.